Kapitel 7 der Vorlesung Information Retrieval Evaluierung Effektivität im gerankten Retrieval Betrachten Sie die vier Rankings A, B, C und D. Rankings A und B stammen von zwei verschiedenen Suchmaschinen 1 und 2, die jeweils zum gleichen Topic mit der Nummer 1 ein Suchergebnis geliefert haben. Rankings C und D stammen von denselben Suchmaschinen 1 und 2, die jeweils zu einem anderen Topic mit der Nummer 2 ein Suchergebnis geliefert haben. In allen Rankings sind grüne Dokumente relevante Dokumente und weiße Dokumente irrelevante. Nehmen wir an, dass die Menge der relevanten Dokumente für Topic 1 genau 6 Dokumente enthält. Beide Suchmaschinen identifizieren alle relevanten Dokumente und ihre jeweiligen Suchergebnisse haben damit einen Recall von 1. Die Precision beider Suchergebnisse beträgt 0,6, da nur 6 von 10 gelieferten Dokumenten relevant sind. Analog nehmen wir an, dass die Menge der relevanten Dokumente für Topic 2 genau 3 Dokumente enthält. Wiederum erzielen beide Suchmaschinen einen Recall von 1, aber eine Precision von nur 0,3. Bezüglich Precision und Recall sind die beiden Suchmaschinen für beide Topics ununterscheidbar, da Precision und Recall Suchergebnisse wie Mengen betrachten und die Reihenfolge, in der die Suchergebnisse gezeigt werden, nicht berücksichtigen. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den beiden Suchmaschinen, da sie die Dokumente nicht in dieselbe Reihenfolge bringen. Betrachten Sie nun Rankings A und B genauer. Welches der beiden Rankings ist das Bessere und warum? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Ranking A ist besser als Ranking B. Das liegt daran, dass Suchmaschine 1 die relevanten Dokumente höher rankt als Suchmaschine 2. Suchende, die die Dokumente in Ranking A nacheinander durchgehen, erhalten so schneller alle relevanten Dokumente. Hören Sie vorzeitig auf, das Suchergebnis zu explorieren, haben Sie im Schnitt mehr relevante Dokumente gesehen. Betrachten Sie nun Rankings C und D. Welches der beiden Rankings ist das Bessere und warum? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Es ist nicht völlig eindeutig, welches der beiden Rankings das Bessere ist. Ranking C hat ein relevantes Dokument auf dem ersten Rang. Ranking D erst auf dem zweiten. Andersherum sind in Ranking D alle relevanten Dokumente leicht höher gerankt als in Ranking C. Es kommt hier nun darauf an, welches Verhalten von Suchenden man voraussetzt. Suchen Sie nur nach dem erstbesten relevanten Ergebnis, dann ist Ranking C besser. Suchen Sie nach mehreren relevanten Ergebnissen und hören vorzeitig auf, dann ist Ranking D besser. Werden Sie ohnehin alle zehn Dokumente betrachten, gibt es keinen Unterschied. Wenn Sie nun beide Topics und alle vier Rankings insgesamt betrachten, welche der beiden Suchmaschinen ist die Bessere. Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Suchmaschine 1 hat hier leicht die Nase vorn. Für beide Topics steht auf dem ersten Rang ein relevantes Dokument. Und zumindest bei Topic 1 werden die zahlreichen relevanten Dokumente eher hochgeringt. Diese qualitative Bewertung der Suchergebnisse und der Suchmaschinen, die Sie ausliefern, kann mit Precision, Recall und dem F-Maß allein nicht erfasst werden. Im folgenden stellen wir darauf aufbauende Maße vor, die die Reihenfolge, in der Dokumente in Suchergebnissen stehen, mit berücksichtigen. Grundlegende Maße, die dazu geeignet sind, die Effektivität eines Rankings an einem bestimmten Punkt des Rankings zu erfassen, sind Precision at K und Recall at K. Das diesen Maßen zugrunde liegende Nutzermodell ist, dass Suchende alle Dokumente bis zu einem Rang K größer gleich 1 betrachten. Auf diese Weise kann ein Ranking aller indexierten Dokumente in eine Form überführt werden, die die Betrachtung durch die für das Mengenretrieval konzipierten Maße Precision und Recall ermöglicht. Alle Dokumente auf Rängen kleiner gleich K gehören zur Menge der retrieften Dokumente und alle Dokumente auf Rängen größer K wurden nicht retrieft. Die Precision kann mithilfe von Relevanzurteilen der top K gerenkten Dokumente berechnet werden. Der Recall nur in Kenntnis oder durch Abschätzung der Menge der relevanten Dokumente. In der Praxis werden häufig die Ränge K gleich 1, 5, 10 oder 20 eingesetzt. Nehmen wir Ranking A als Beispiel und errechnen Precision at K und Recall at K für die Ränge K gleich 1 bis 10. Das erste Dokument ist relevant. Die Precision at 1 beträgt daher 1, da alle Dokumente bis einschließlich Rang K gleich 1 relevant sind. Der Recall at 1 beträgt dagegen 1 Sechstel gleich 0,17, unter der Annahme, dass die sechs grün markierten Dokumente die Menge aller relevanten Dokumente bilden. Wenn die Menge der relevanten Dokumente größer wäre als 6 und demzufolge System 1 für Topic 1 in Ranking A nicht alle relevanten Dokumente zurückgeliefert hätte, wäre der Teiler nicht 6, sondern die Größe der Menge der relevanten Dokumente. Für dieses Beispiel nehmen wir jedoch an, dass alle relevanten Dokumente bis zum 10. Rang retrieft wurden. Die Precision at 2 ist 0,5, da das zweitgerankte Dokument nicht relevant ist und somit die Bezugsmenge für die Berechnung der Precision nur zur Hälfte relevante Dokumente enthält. Der Recall at 2 bleibt unverändert 1 Sechstel gleich 0,17. Die Precision at 3 ist 2 Drittel gleich 0,67 gerundet. Auf dem dritten Rang ist wieder ein relevantes Dokument, sodass bis Rang K gleich 3 2 von 3 Dokumente relevant sind. Der Recall steigt auf 2 Sechstel gleich 1 Drittel gleich 0,33 gerundet. Es sind 2 von 6 relevante Dokumente unter den ersten K gleich 3 Dokumenten. Die Dokumente auf den nachfolgenden Rängen K gleich 4, 5 und 6 sind ebenfalls alle relevant. Die jeweiligen Precision at K und Recall at K-Werte steigen dementsprechend an. Auf 0,83 Precision at 6 und 0,83 Recall at 6. Die Dokumente auf den drei Rängen K gleich 7, 8 und 9 sind irrelevant. Die jeweiligen Precision at K-Werte fallen wieder, da die betrachtete Referenzmenge für die Precision der Dokumente auf den Rängen 1 bis K einen wieder kleiner werdenden Anteil an relevanten Dokumenten enthält. Die Recall at K-Werte bleiben hingegen unverändert, da die Zahl der recallten relevanten Dokumente nicht wieder abnimmt, aber auch kein neues hinzukommt. Erst auf Rang K gleich 10 steht das letzte relevante Dokument, sodass Precision at 10 und Recall at 10 ihre finalen Werte erreichen. Da alle relevanten Dokumente bis Rang 10 retrieved wurden, ist der Recall ab hier konstant 1. Das Betrachten weiterer Dokumente auf niedrigeren Rängen verringert die Precision hingegen. Es ist zu sehen, dass Precision at K für steigendes K zunächst steigt und fällt, um nach Auffinden aller relevanten Dokumente ab einem bestimmten Rang, hier K' gleich 10, in unserem Beispiel streng monoton zu fallen. Recall at K steigt für steigendes K monoton, jedoch nicht streng monoton, mit jedem aufgefundenen relevanten Dokument. Zu Precision at K und Recall at K ist zu bemerken, dass sie nicht die Effektivität des gesamten Rankings erfassen, sondern nur an der Stelle K. Auch wird die Reihenfolge aller Dokumente zwischen den Rängen 1 und K ignoriert, ganz wie im Mengenretriebel, sowie die tatsächliche Zahl der relevanten Dokumente. Wenn die Menge der relevanten Dokumente bedeutend kleiner ist als der Rank K, bis zu dem Precision at K und Recall at K berechnet wird, gibt es eine obere Schranke für die bestmögliche Precision, die man erreichen kann. Und diese obere Schranke ist kleiner als 1, was die Betrachtung verschiedener Topics und die Ziehung des Durchschnitts über diese Topics beeinflusst. Es ist unmöglich, an den Werten selbst zu erkennen, ob sie schon nahe an der tatsächlichen oberen Schranke und daher sehr gut sind, oder ob sie noch weit weg davon sind. Darüber hinaus basieren die beiden Maße auf binären Relevanzurteilen, also Urteilen, die nur aussagen, ob ein Dokument relevant ist oder nicht. Eine etwaige graduelle Relevanzbewertung wird hier nicht ausgenutzt. Die Pärchen aus Precision und Recall-Werten für jedes K von Ranking A können im Precision-Recall-Raum abgetragen werden. Jedes Wertepaar entspricht einem Punkt. Wenn die Punkte so verbunden werden, dass der Punkt für Precision at K und Recall at K mit dem für Precision at K plus 1 und Recall at K plus 1 verbunden wird, ergibt sich eine Kurve im Precision-Recall-Raum, eine sogenannte Precision-Recall-Kurve. Eine Precision-Recall-Kurve erfasst gewissermaßen die User Experience von Suchenden, während sie ein Suchergebnis Dokument für Dokument betrachten. Die Kurve ist charakteristisch dafür, wie sich relevante und irrelevante Dokumente in einem Ranking verteilen. Nahezu alle Precision-Recall-Kurven sind Sägezahn-Kurven mit stufenweisen Anstiegen für jedes zusätzliche relevante Dokument nach folgender Ränge beziehungsweise senkrechten Abstiegen für jedes zusätzliche irrelevante Dokument nach folgender Ränge. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass beliebige Punkte auf den Linien zwischen den originalen Punkten keine sinnvolle Interpretation haben. Der Precision-Recall-Raum ist diskret. Für ein gegebenes Suchergebnis gibt es nur die Punkte für k gleich 1, 2, 3, 4 usw. Nicht jedoch Zwischenfälle für k gleich 1, 5. Die Kurve ist also lediglich als eine Interpolation zur Visualisierung zu verstehen. Vergleichen wir die Precision-Recall-Kurve von Ranking A mit der von Ranking B, ist ein starker Unterschied in der visuellen Kurvencharakteristik festzustellen. Dieser Unterschied mag mitunter das Auf und Ab im Nutzer-Empfinden widerspiegeln. In Ranking A geht es gut los mit einem relevanten Dokument, wohingegen man bei Ranking B gleich eine Niete zieht. Auf Rang 2 sind beide Rankings gleich auf, da das zweite Dokument von Ranking A relevant, das von Ranking B jedoch irrelevant ist. Daraufhin entfernen sich auf den Folgerängen beide Kurven wieder voneinander, da in Ranking A noch mehr relevante Dokumente folgen, in Ranking B jedoch zunächst nicht. Anhand ihrer Precision-Recall-Kurven ist es leicht, auf einen Blick zu entscheiden, welches System das bessere Suchergebnis geliefert hat. Allerdings werden die Kurven mit wachsender Anzahl an zu vergleichenden Systemen und Topics, mit denen sie evaluiert werden, zu unübersichtlich. Ein Weg, die Charakteristik der Kurve einzufangen, ist, die Fläche unter der Kurve zu bestimmen. Je größer die Fläche unter der Precision-Recall-Kurve eines Suchergebnisses ist, desto besser ist es. Ein kleines Problem dabei ist, dass die Kurve für Ranking A nach links im Precision-Recall-Raum nicht abgeschlossen ist. Aus diesem Grund ist es nötig, zu interpolieren und die Fläche anzunähern. Das Average-Precision-Maß interpoliert die Precision-Recall-Kurven im Recall-Wertebereich von 0 bis 1 und approximiert dann die Fläche unter der Kurve. Die Average-Precision errechnet einen Wert zwischen 0 und 1, der den Anteil der Fläche des Einheitsquadrats des Precision-Recall-Raums repräsentiert. Es gibt zwei Varianten der Average-Precision, beziehungsweise zwei Arten der Interpolation der Precision-Recall-Kurve und der Approximation der Fläche unter ihr. Erstens, eine Precision-Recall-Kurve wird angenähert als Stufenfunktion, die für jeden Recall-Punkt den maximal gemessenen Precision-Wert verwendet und die Kurven nach links zum nächstkleineren Recall-Punkt vervollständigt. Für die Precision-Recall-Kurve von Ranking A gibt es sechs verschiedene Recall-Werte, einen für jedes relevante Dokument. Beim Recall-Wert von 0,17 werden zwei Precision-Werte, 1,0 und 0,5 gemessen, wovon ersterer der größte ist. Von diesem Punkt aus, also 0,17, 1,0 wird eine Stufe nach links zum Recall-Wert von 0 gezeichnet. Ähnlich wird für die Recall-Werte 0,33, 0,5 und 0,67 verfahren, für die es jeweils nur einen Precision-Wert gibt. Für den Recall-Wert 0,83 gibt es vier Precision-Werte, von denen 0,83 der größte ist. Für den letzten Recall-Wert von 1,0 gibt es genau einen Precision-Wert, der die interpolierte Kurve vervollständigt. Zweitens, eine Precision-Recall-Kurve wird angenähert als monotone Stufenfunktion, wobei die Sägezähne der originalen Precision-Recall-Kurve aufgefüllt werden. Die interpolierte Kurve verwendet für jeden Recall-Wert den größten gemessenen Precision-Wert für den fraglichen Recall-Wert oder größere Recall-Werte. Für Ranking A beginnt die Interpolation ebenso wie zuvor, allerdings ist für den Recall-Wert von 0,33 der größte Precision-Wert dieses oder eines nachfolgenden Recall-Werts der Precision-Wert 0,83, der beim Recall-Wert von 0,83 gemessen wurde. Die zweite Stufe geht also bis zu diesem Punkt. Die dritte und letzte Stufe entspricht der vorherigen. Vergleichen Sie die Interpolationen nach Methode 1 für beide Rankings A und B. Die Approximation der Kurve von oben entspricht einer einfachen Integralbildung, allerdings ohne die Fläche exakt anzunähern. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, anzumerken, dass die tatsächlich gemessene Zahl für die Fläche unter der Precision-Recall-Kurve nicht sehr wichtig ist, solange nur interpolierte Kurven von besseren Suchergebnissen eine größere Fläche einnehmen als die interpolierten Kurven von schlechteren Suchergebnissen. Vergleichen Sie die Interpolationen nach Methode 2 für beide Rankings A und B. Die Interpolation von Ranking B ist auffällig, da sie nur aus einer Gerade besteht. Für jeden Recall-Wert in Ranking B ist der größte Precision-Wert des fraglichen Recall-Werks oder eines nachfolgenden Recall-Werts die Precision von 0,6, die beim Recall-Wert von 1 gemessen wird. Die Begründung, warum diese grobe Art der Interpolation vertretbar ist, liegt darin, dass hier implizit davon ausgegangen wird, dass Suchende das gesamte Suchergebnis explorieren und damit so oder so trotz des Auf und Ab zwischendrin diesen Precision-Wert erreichen werden. Damit ist es nicht nötig, die Täler der Segezahn-Kurve weiter zu berücksichtigen. In der Praxis ist diese Annahme über das Nutzerverhalten allerdings kaum gerechtfertigt. Um die Average Precision gemäß Alternative 1 für die Interpolation zu bestimmen, wird der größte Precision-Wert für jeden Recall-Wert eines Rankings summiert und dann durch die erwartete Zahl relevanter Dokumente geteilt. Für Ranking A ist das die Summe aus 1,0, 0,67, 0,75, 0,8, 0,83 und 0,6 geteilt durch 6 gleich 0,78. Für Ranking B ist das die Summe aus 0,5, 0,4, 0,5, 0,57, 0,56 und 0,6 geteilt durch 6 gleich 0,52. In den vorliegenden Beispielen wurde angenommen, dass alle relevanten Dokumente auch gefunden und unter den Top-10-Rängen einsortiert wurden. Daher entspricht die Zahl der erwarteten relevanten Dokumente 6 der Zahl der tatsächlich im Beispiel zu sehenden. Für den Fall, dass in einem Ranking nicht alle relevanten Dokumente auftauchen, kann der Recall-Wert von 1 mit dem Ranking und seiner assoziierten Precision-Recall-Kurve nicht erreicht werden. Die Precision wird in diesem Fall mit 0 angesetzt. Der Nenner entspricht aber weiterhin der Zahl aller erwarteten relevanten Dokumente, nicht der Zahl aller gefundenen relevanten Dokumente. Um die Average Precision gemäß Alternative 2 für die Interpolation zu bestimmen, werden die Precision-Werte für 11 vordefinierte Recall-Werte angesetzt. Man spricht daher hier auch von der 11-Point-Interpolated-Average-Precision. Die 11 Recall-Werte sind equidistant auf der Recall-Achse verteilt zwischen den Werten 0 und 1, wobei 0 und 1 inkludiert werden. 0, 0,1 usw. bis 0,9 und 1. Für jeden der 11 Recall-Werte wird für eine gegebene interpolierte Precision-Recall-Kurve geschaut, welche Precision an dieser Stelle interpoliert wurde. Achtung! Es werden hier nicht die Recall-Werte verwendet, die die ursprüngliche Precision-Recall-Kurve induziert haben. Für Ranking A ist das die Summe aus zweimal dem Precision-Wert von 1, nämlich für die Recall-Werte 0 und 0,1, siebenmal dem Precision-Wert von 0,83 für die Recall-Werte 0,2 bis 0,8 und zweimal dem Precision-Wert 0,6 für die Recall-Werte 0,9 und 1, geteilt durch 11 gleich 0,82. Für Ranking B ist das schlicht 11 mal der Precision-Wert von 0,6 geteilt durch 11 gleich 0,6. Vollziehen Sie die Berechnung an den interpolierten Precision-Recall-Kurven nach. Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie die Berechnung nachvollzogen haben. Beide Varianten der Average Precision errechnen höhere Werte für Ranking A als für Ranking B, was die eingangs durchgeführte qualitative Analyse der beiden Rankings widerspiegelt. Die Average Precision gemäß Interpolation 2 errechnet höhere Werte, da die interpolierten Flächen unter Precision-Recall-Kurven mit dieser Interpolationsmethode tendenziell größer sind als mit der ersten. In der Praxis spielt dies aber keine große Rolle, d.h. die absolut gemessenen Zahlen sind unerheblich, solange die relativen Verhältnisse von besserem zu schlechterem Ranking gewahrt bleiben. Die Formeln zur Berechnung beider Varianten der Average Precision sehen komplizierter aus, als sie sind. Sei R ein von einer Suchmaschine erzeugtes Ranking der Dokumente der indexierten Dokumentkollektion D für eine Anfrage Q aus der Menge aller Anfragen Q. Die Funktion klein r bildet das kathesische Produkt aus Groß Q und Groß D auf die Zahlenmenge 0,1 ab, wobei 0 bedeutet, dass ein Dokument irrelevant für eine Anfrage ist und 1, dass es relevant ist. Die Average Precision gemäß Variante 1 der Interpolation, AP1, besteht aus zwei Faktoren, wobei der erste Faktor der Bruch der Normalisierung dient und der zweite die Summe alle Precision-Werte für genau die Ränge summiert, auf denen relevante Dokumente gerankt wurden. Die Average Precision gemäß Variante 1 der Interpolation, AP1, besteht aus zwei Faktoren, wobei der erste Faktor der Normalisierung dient und der zweite die Summe alle Precision-Werte für genau die Ränge summiert, auf denen relevante Dokumente gerankt wurden. Um das sicherzustellen, besteht jeder Summand der Summe aus zwei Faktoren, nämlich einem Funktionsaufruf der Funktion klein r bezüglich Anfrage q und dem Dokument auf dem i-ten Rang di multipliziert mit der Precision at i des Rankings r. Der Funktionsaufruf wird 0, wenn di nicht relevant für q ist und andernfalls 1. Wenn di nicht relevant ist, wird der Precision-Wert also mit 0 multipliziert und geht damit nicht in die Summe ein. AP1 wird, genau wie Precision und Recall, bis zu einem vordefinierten Rang k im Ranking Groß R berechnet. Dies erklärt auch den Normalisierungsfaktor, bei dem im Nenner entweder k selbst oder aber die Zahl aller relevanten Dokumente in der gesamten Dokumentkollektion herangezogen werden, je nachdem, welche Zahl kleiner ist. Je nachdem, für welches k die Average Precision berechnet werden soll, kann es sein, dass mehr oder weniger relevante Dokumente existieren, sodass im letzten Fall nur die tatsächliche Zahl der relevanten Dokumente zur Normalisierung herangezogen wird, um nicht künstlich eine obere Schranke für den Wertebereich einzuführen. Die Average Precision gemäß Variante 2 der Interpolation, AP2, besteht ebenso aus zwei Faktoren, einem für die Normalisierung und einem, in dem die Summe über ausgewählte Precision-Werte an elf verschiedenen Rekordwerten eines Rankings R gebildet wird. Es werden genau elf Precision-Werte an elf vordefinierten Rekordwerten der interpolierten Precision-Rekord-Kurve summiert, sodass der Normalisierungsfaktor 1 durch 11 ist. Der I-te Summand der Summe ist die Precision-at-J des Rankings-R, wobei J, der Rang mit dem größtmöglichen Recall-at-J, größer oder gleich dem I-ten Recall-Wert ist. Abseits der Berechnung der Average Precision erlaubt die Visualisierung von Suchergebnissen in Form von Precision-Rekord-Kurven eine differenziertere Interpretation, als es normalisierte Maßzahlen vermögen. Ein Problem dabei ist, dass bislang nur einzelne Precision-Rekord-Kurven einzelner Topics betrachtet wurden. Um eine Suchmaschine zu evaluieren, werden aber im Normalfall 50 Topics oder mehr herangezogen. 50 Precision-Rekord-Kurven einer Suchmaschine mit jeweils 50 Kurven anderer Suchmaschinen zu vergleichen, ist jedoch überwältigend. Daher wird ein Ansatz zur Durchschnittsbildung der Precision-Rekord-Kurven einer Suchmaschine über verschiedene Topics benötigt. Betrachten Sie die interpolierten Precision-Rekord-Kurven für Ranking A von Suchmaschine 1 für Topic 1 und Ranking C von Suchmaschine 1 für Topic 2. Ein Problem bei der Durchschnittsbildung besteht darin, dass die Recall-Werte der beiden Kurven für die jeweils Precision-Werte vorliegen, sich nicht notwendigerweise decken. Zum Beispiel hat die Kurve für Ranking A den ersten Precision-Wert für den Recall-Wert 0,17, wohingegen der erste Precision-Wert von Ranking C erst für den Recall-Wert von 0,33 vorliegt. Eine direkte Durchschnittsbildung durch Bildung des Durchschnitts über alle gemeinsamen Recall-Werte wird damit unmöglich. Stattdessen werden die gemäß Variante 2 interpolierten Precision-Rekord-Kurven herangezogen und an 11 vordefinierten Recall-Werten der Durchschnitt über die interpolierten Precision-Werte gebildet. Der Übersichtlichkeit halber blenden wir die ursprünglichen nicht-interpolierten Precision-Rekord-Kurven aus. Die durchschnittliche Precision-Rekord-Kurve der beiden Kurven für die Rankings A und C wird an den Recall-Werten 0, 0,1, 0,2 und so weiter in 0,1er-Schritten bis 1 gebildet. Analog bilden wir die durchschnittliche Precision-Rekord-Kurve für die Rankings B und D von Suchmaschine 2 für die Topics 1 und 2. Die durchschnittlichen Precision-Rekord-Kurven verschiedener Suchmaschinen geben Aufschluss über ihr Verhalten in unterschiedlichen Situationen. Zum Beispiel ist hier zu sehen, dass Suchmaschine 1 eine sehr gute Precision auf den hohen Rängen liefert. Suchmaschine 2 hingegen liefert eine leicht bessere Precision, wenn man voraussetzt, dass Suchende die Rankings bis zum 10. Rang explorieren. Insbesondere lässt sich das Ergebnis unserer anfänglichen qualitativen Analyse hier noch einmal bestätigen. Suchmaschine 1 hat leicht die Nase vorn, aber unter bestimmten Umständen hat Suchmaschine 2 eine höhere Effektivität. Insbesondere dominiert kein System das andere. Dafür dürften sich die Durchschnittskurven der beiden Suchmaschinen nicht kreuzen. In der Praxis werden durchschnittliche Precision Recall-Kurven über weit mehr als zwei Topics gebildet. Die Durchschnittskurven, die sich beispielsweise aus 50 Topics ergeben, sind bedeutend glatter. Analog zur Macro-Average Precision und durchschnittlichen Precision Recall-Kurven kann auch für die Average Precision verschiedener Topics, die mit einer Suchmaschine bearbeitet wurden, der Durchschnitt gebildet werden, um einen besseren Gesamteindruck von der Effektivität der Suchmaschine zu erhalten. Die Verallgemeinerbarkeit der Evaluierungsergebnisse von Suchmaschinen basiert darauf, dass die Suchmaschinen bezüglich zahlreichen Topics evaluiert wurden. Die Bildung des Durchschnitts, also dem Average, von einer Reihe von Average Precision Werten wird auch als Mean Average Precision MAP bezeichnet und ist ein weit verbreitetes Maß im Information Retrieval. Für Suchmaschine 1 berechnet sich die Mean Average Precision aus 0,78 plus 0,54 durch 2 gleich 0,66. Für Suchmaschine 2 berechnet sich die Mean Average Precision aus 0,52 plus 0,44 durch 2 gleich 0,48. Gemäß diesem Maß ist also Suchmaschine 1 besser als Suchmaschine 2. Obwohl diese Maße seit Jahrzehnten verwendet werden und weit verbreitet sind, wurde das dem Maß zugrunde liegende Nutzermodell erst sehr spät ergründet. Average Precision und Mean Average Precision wurden nicht anhand von Modellen des Nutzerverhaltens, sondern auf Basis der vorgestellten Überlegungen erfunden. Es stellt sich also die Frage, ob Average Precision und Mean Average Precision gute Maße sind, die vernünftige Modelle des Nutzerverhaltens widerspiegeln. Robertson hat 2008 das Nutzermodell für Average Precision rekonstruiert. Erstens Suchende stoppen die Exploration von Suchergebnissen ausschließlich, nachdem sie ein relevantes Dokument gesehen haben. Zweitens die Wahrscheinlichkeit nach Sichtung eines relevanten Dokuments zu stoppen ist gleich verteilt über alle relevanten Dokumente im Ranking. Annahme 1 ist in manchen Anwendungsbereichen akzeptabel. Ein Problem dieser Annahme ist jedoch, dass Suchende nicht wissen, ob das zuletzt betrachtete relevante Dokument wirklich das Letzte ist, sodass sie gemäß der Modellregel dazu verdammt sind, das gesamte Suchergebnis zu explorieren, wenn sie nach Lektüre des letzten relevanten Dokuments sich nicht dazu entschlossen haben, die Exploration des Suchergebnisses abzubrechen. Beachten Sie, dass dies natürlich kein tatsächliches Nutzerverhalten wäre. Es ist das Nutzerverhalten, das sich ergibt, wenn man dieses Maß, so wie es definiert ist, ernst nimmt. Annahme 2 ist vollkommen unrealistisch. Die meisten Nutzer werden eine Suche eher früher abbrechen als später, insbesondere dann, wenn die relevanten Dokumente sich ungünstig über das Ranking eines Suchergebnisses verteilen. Da die Maße Average Precision und Mean Average Precision nicht auf Basis eines zuvor durchdachten Modells für Nutzerverhalten definiert wurden, Stand nicht zu erwarten, dass das diesen Maßen zugrunde liegende Modell viel Sinn ergibt. Dafür ist es noch verhältnismäßig eingängig. Ein besseres Maß, das zwischenzeitlich zum Standard im Information Retrieval avanciert ist und dem ein bedeutend besseres Modell zugrunde liegt, ist der Normalized Discounted Cumulative Gain NDCG. Der Vollständigkeit halber sei noch das Maß Mean Reziprokel Rank MRR erwähnt. Dieses Maß ist nicht vertrauenswürdig, da es formal theoretisch falsch ist, wurde aber ebenso aufgrund von Intuitionen definiert und man findet es immer wieder in Papieren. Die Idee des Maßes ist ein Modell für Nutzerverhalten, bei dem Suchende nach dem ersten relevanten Dokument aufhören, ein Suchergebnis weiter zu explorieren. Das Inverse des Rangs des ersten relevanten Dokuments dient als Effektivitätswert r gleich 1 durch r. Der Mean Reziprokel Rank ist der Durchschnitt der r R-Werte über verschiedene Topics hinweg. Fuhr hat die Probleme mit diesem Maß jüngst noch einmal herausgestellt. Das Maß ist ordinal skaliert und nicht intervall skaliert. Eine Durchschnittsbildung über Ordinalzahlen ist aber nicht erlaubt. Die ordinale Skalierung des Maßes kann man daran erkennen, dass der numerische Abstand des r-Werts für das erste relevante Dokument auf dem ersten Rang vom r-Wert des ersten relevanten Dokuments auf dem zweiten Rang mit 0,5 so groß ist, wie der Abstand zwischen dem r-Wert für das erste relevante Dokument auf dem zweiten Rang und dem r-Wert für das erste relevante Dokument auf dem unendlichen Rang. Man könnte statt dem Durchschnitt den Median berechnen. Allerdings würde das dann sehr viele gleiche MRR-Werte ergeben, was kein Ranking unter Suchmaschinen gemäß ihrer Effektivität ermöglicht. Darüber hinaus kann MRR auch in anderen Situationen kontraintuitive MRR-Werte ergeben. Der Discounted Cumulative Gain DCG ist ein Maß, das auf einem soliden Modell für das Nutzerverhalten fußt. Darüber hinaus ist es eins der wenigen Maße, das graduelle Relevanzurteile einbezieht, statt nur binäre Relevanzurteile. Das Modell hat folgende drei Komponenten beziehungsweise basiert auf den folgenden Annahmen. Erstens Jedes Dokument hat einen sogenannten Gain, wenn es von Suchenden gelesen wird. Jedes Dokument nützt Suchenden etwas. Der Gain von Dokumenten wird durch graduelle Relevanzurteile operationalisiert, zum Beispiel durch eine Relevanzfunktion klein r, die das kathesische Produkt aus Dokumenten groß D und Anfragen groß Q auf eine Menge von ganzzahligen Relevanzbewertungen abbildet. Je größer eine Relevanzbewertung für ein Pärchen aus Dokument und Anfrage, desto relevanter ist das Dokument für die Anfrage. Zweitens der Gain beziehungsweise Nutzen von Dokumenten kumuliert sich, während man ein Suchergebnis exploriert. Die Umsetzung im Maß geschieht mit einer Kumulationsfunktion, die beispielsweise darin besteht, dass die Relevanzbewertungen von allen von Suchenden gelesenen Dokumenten summiert wird. Je niedriger ein Dokument gerankt ist, desto weniger wahrscheinlich wird es auch von Suchenden untersucht. Der Gain dieser Dokumente muss diskontiert werden. Hier wird eine Variante des Reziprokel Rank Maßes angewendet. Das Discounted Cumulative Gain Maß wird bis zu einem Rang K ermittelt. DCG at K ist gleich die Summe von I gleich 1 bis K von 2 hoch R von Di Komma Q minus 1 geteilt durch Log 2 von 1 bis I. Der Zähler des Summanden verstärkt den Gain von als sehr relevant beurteilten Dokumenten und der Logarithmus im Nenner stellt eine gleichmäßigere Diskontierung sicher. Beim Normalized Discounted Cumulative Gain wird der DCG eines Rankings normalisiert mit dem idealen Wert DCG Star des Rankings der indexierten Dokumente nach absteigender Relevanz. Das NDCG Maß ist das gegenwärtig wichtigste und am weitesten verbreitete Effektivitätsmaß im Information Retreat. Ein Beispiel für ein Suchergebnis einer Suchmaschine bestehend aus 10 Rängen. Die Zeile Gain R von D I Q zeigt den Gain der Dokumente im Ranking nach Relevanz Urteilen. Das erstgerankte Dokument ist sehr nützlich und erzielt deshalb einen Gain von 3. Das Zweite ist weniger nützlich und hat einen Gain von 2. Das Dritte wieder 3. Und darauf folgen erst einmal weniger relevante Dokumente. Erst auf den Rängen 7 bis 9 sind wieder Dokumente gerankt, die einen höheren Gain aufweisen. Die Zeile DCG at K zeigt die berechneten DCG Werte für jeden Rang K gleich 1 bis 10. Wie zu sehen ist, steigen die Werte an, wenn ein Rang K erreicht wird, auf dem Dokumente mit von 0 verschiedenem Gain gerankt werden. Sortiert man die Dokumente nach absteigendem Gain um, erhält man die Folge von Gain in der Zeige Ideal. Ein besseres Ranking bezüglich des Gains der Dokumente kann es nicht geben. Die DCG Stern at K Werte sind in der Zeile darauf berechnet. Sie stellen den bestmöglichen DCG Wert bezüglich des Rangs dar, den man für das dem Suchergebnis zugrunde liegende Topic erreichen kann. Im Falle, dass es Dokumente gibt, die einen hohen Gain aufweisen, aber nicht Teil des originalen Rankings der Suchmaschine waren, würden diese hier ebenfalls mit aufgelistet. Die letzte Zeile zeigt nun die sich daraus ergebenden normalisierten DCG Werte NDCG at K Es werden die DCG at K Werte durch die DCG Stern at K Werte geteilt. Es ist zu sehen, dass die Werte schwanken, je nachdem, wie tief man ins Ranking vordringt. Der Schlüssel der Normalisierung liegt darin, dass sich das ideale Ranking an den tatsächlich als relevant bekannten Dokumenten und ihren jeweiligen Gains orientiert und nicht an einem hypothetischen Idealen Ranking bestehend nur aus Dokumenten mit maximalem Gain. Je nach Topic kann es sein, dass es in der gesamten Dokument Kollektion nicht genug Dokumente mit maximalem Gain gibt, um das Ranking komplett mit ihnen zu füllen. Ranking Untertitelung des ZDF für funk, 2017